Müssen wir unangenehmer zueinander sein, Chris? Ich glaube, die Zeit dafür ist spätestens jetzt gekommen. Also man merkt, dass es immer noch nicht so richtig gut funktioniert und eine kritische Auseinandersetzung mit der Situation ist spätestens jetzt auf jeden Fall gegeben. Als muss man mehr Christian Eichner wagen im Vierter Flachpass. Ob wir das jetzt machen müssen? Ich glaube, diese Art von Christian Eichner, die wagen wir schon seit bald drei Jahren. Ja, gefühlt schon. Ja, mit immer mal kurzen Pausen dazwischen. Aber selbst da muss man ja trotzdem immer wieder ein bisschen kritisch das Ganze beäugen. Ich glaube, so verkehrt war der Herangehensweise bis jetzt noch nicht. Und das zeigt ja auch unter anderem bei Christian Eichner, der ja seine ganz eigene Art hat. Aber wenn man es auch schon länger kennt, kann man das ja auch ganz gut einschätzen. Aber auch er ist jemand, der dann vielleicht auch, wenn es mal vermeintlich gut läuft, dann doch immer das kritische Auge noch offen hält. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die die PK nach dem Spiel des Krippers gegen den KSC nicht geschaut haben. Christian Eichner hat gesagt, Zitat, Ich bin halt kein Trainer, der sich hier hinsetzt und sagt, klasse, wir haben 3 zu 2 gewonnen und sind Zweiter. Das holt dich dann relativ schnell wieder ein. Ich bin lieber ein Freund davon, dass wir da, damit die Einstiegsfrage, ein bisschen unangenehmer zueinander sind, weil wir müssen auch am kommenden Sonntag unangenehm sein. Und nur so werden wir eine Chance haben. Das war dann doch eine wohltuende Klarheit, die man von einem Trainer nicht immer hört, vor allem nicht von einem Trainer, der gewonnen hat. Also Eichner war ja sehr, sehr, sehr deutlich und mit der Kritik an seiner eigenen Mannschaft. Und diese wohltuende Klarheit, glaube ich, sie kommt so langsam, sie sickert so ein bisschen auch in 4. Reihen. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, auch Leute, die uns teilweise in den letzten Monaten kritisiert haben für unsere kritischen Worte, ich glaube, wir lagen dazu ganz falsch, mit dem vielleicht auch unangenehmen zueinander sein und unangenehm zum Kleeblatt sein. Ja, ich meine, man sieht es ja. Also der Trend ist so bleibbesorgniserregend. Das war jetzt auch keine wirkliche Trendwende gegen den schwachen KSC. Und von daher, ja, also wir sind jetzt am Ende von 2024 langsam angelangt. Es gibt so noch vier Spiele im Kalenderjahr. Und da muss man jetzt schauen, dass man noch ein paar Punkte holt. Und dass man sich irgendwie, ja, sehr kritisch mit der Situation auseinandersetzt und dann die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ja, ich glaube, wir müssen auch in dieser neuen Folge, das wird der Flachpass unangenehm, wieder zwischenmenschlich unangenehm zueinander sein, aber dann doch unangenehm bleiben. Ein bisschen wie der Stachel im Fleisch. Denn das Kleeblatt hat jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, auch das erste Spiel unter Jan Sieber, dem neuen Trainer, verloren. Das Kleeblatt hat, um diese Statistik gleich mal am Anfang zu erwähnen, nur eines der letzten zehn Spiele gewonnen. Das ist dann auch schon eine sehr besorgniserregende Erkenntnis. Und ja, ich glaube, auch in dieser 198. Folge des Vierter Flachpasses müssen wir sehr viel besprechen, vor allem noch sehr frische Erkenntnisse von unserem Besuch noch bei der U23, was auch Aufschlüsse gab über die Kadersituation bei der Spielvereinigung. Aber wie ihr das alle gewohnt seid, werden wir das tun nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Der Vierter Flachpass wird Ihnen präsentiert vom Immobilienteam der Sparkasse Fürth. Kaufen, verkaufen, finanzieren, absichern und modernisieren. Alles aus einer Hand. Sparkasse Fürth, Ihr Ansprechpartner in Sachen Immobilien. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Und damit herzlich willkommen zur gerade schon angesprochenen 198. Folge des Vierter Flachpasses. Auch in dieser Woche nehmen wir in der gewohnten Besetzung auf, nämlich mit mir, Michael Fischer, und mit Chris Seem. Servus, Chris. Servus, Michi. Herr Chris, es ist einiges passiert seit der letzten Folge. Es hat sich sogar mancher gewünscht, dass wir unsere angekündigte Länderspielpause unterbrechen. Aber wir sind standhaft geblieben, trotz aller Turbulenzen in Fürth, trotz eines Bebens, das vielleicht gar kein Beben war, sind wir einfach standhaft geblieben, haben unsere Länderspielpause genutzt, um einfach mal abzuschalten, zumindest ein bisschen abzuschalten in Sachen Podcast. Denn beschäftigt hat es uns trotzdem. Aber ich glaube, es hat auch Dir und hat uns allen gut getan, mal eine Woche netter über die Spielvereinigung sprechen zu müssen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Pause war ganz gut, war ganz angenehm. Auch wenn dann trotzdem allgemein bei Länderspielpausen am Wochenende dann doch was fehlt. Also ich bin mittlerweile oder auch sonst eigentlich keiner, der jetzt groß den Nationalmannschaftsfußball anschaut. Von daher ist es dann spätestens Freitagabend, merkt man dann schon, hm, jetzt kann man gar keine Konferenz anschauen. Da hat dann was gefehlt. Aber ich glaube, für die Kleeplatzseele war es dann schon ganz gut, dass man da mal wieder zwei Wochen dazwischen hatte. Ja, ich bin für die Kleeplatzseele in der Länderspielpause nach Bamberg gefahren, habe mir Bamberg gegen Bayreuth, das Oberfranken-Derby in der Regionalliga Bayern angeschaut, habe mir gedacht, hm, der Fußball im Bruder ist manchmal gar nicht so schlecht. Also es ist immer eine Frage des Maßstabs und des Vergleichs, den man da zieht. Denn Regionalliga-Fußball in der Regionalliga Bayern ist jetzt nichts, was die Herzen, glaube ich, erwärmt. Ich bin froh, dass wir keinen Podcast über Bamberg oder Bayreuth machen müssen, sondern über die Spielvereinigung. Da läuft zwar auch vieles schlecht, aber dieser Fußball, er war wirklich zum Abgewöhnen. Naja, aber wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten, zumindest in Kürze, weil wir ja aufgenommen haben am Montag nach dem Spiel gegen Köln oder am Sonntag, zumindest nach dem Spiel in Köln. Und dann am Dienstag plötzlich, bumm, das nächste kleinere Mini-Beben, denn das Klippert hat Leo Haas wieder freigestellt und hat als neuen Trainer Jan Sievert präsentiert. Du wusstest es schon etwas früher. Das Klippert hat es bekannt gegeben um 22 Uhr. Da wussten es auch schon alle Klippert-Fans wahrscheinlich. Was hast du dir gedacht angesichts dieses weiteren Mini-Personal-Bebens? Ja, also dass noch was passiert oder passieren könnte oder man sich das überlegen kann. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon besprochen in unserer Folge vor der Länderspielpause. Von daher war das vielleicht dann nur konsequent. Wie gesagt, also ich glaube, Leo Haas kann da mit Nixen dafür. Das ist einfach eine unglücklich Situation. Und jetzt darf er bei U23 wieder weitermachen. In bekanntem Gefilde. Aber dass es dann Jan Sievert wird, ja. Nee, ich wollte nur bei Leo Haas noch kurz bleiben. Er wurde ja auch in der Mitteilung der Spielvereinigung sehr, sehr wenig erwähnt. Gefühlt fast gar nicht. Fand ich ein bisschen seltsam. Aber gut. Aber ich würde trotzdem mal festhalten, ich glaube, dass Leo Haas immer noch, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, und bleibt dabei, ein sehr guter Trainer ist. Und ich glaube einfach, er war der richtige Mann am falschen Ort zur falschen Zeit. Also ich glaube immer noch, es könnte gut werden. Es könnte auch immer noch gut werden, wenn er im nächsten Sommer übernehme mit einer neuen Mannschaft und seine Ideen implizieren kann, implementieren über sehr viele Wochen. Aber in der Situation, glaube ich, da konntest du nur verlieren. Aber man sieht jetzt ja auch, dass es vielleicht nicht nur am Trainer lag, die Misere und Krise der letzten Wochen. Also da tut er mir schon einfach ein bisschen leid. Ja, klar. Das ist jetzt für ihn persönlich sicherlich auch keine einfache Zeit gewesen. Vielleicht auch, ich glaube, dem Ruf schadet es jetzt trotzdem nicht wirklich, weil das jeder eigentlich einordnen kann. Also da gehe ich mal stark davon aus, dass das jeder hinkriegt und dass man das auch überregional dann schon einordnen kann, dieses kurze Intermezzo. Das war jetzt wirklich keine leichte Situation. Ja, dass jetzt dann Jan Sievert kam, also er war jetzt kein Kandidat, den ich so im Kopf hatte. Bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, niemand außer Stefan Fürsten hatte den im Kopf. Ja, Stefan Fürsten hatte ihn sicherlich auch noch in den iPhone-Kontakten drin. Deswegen war das schon vielleicht auch klar, dass da die Wege kurz waren. Aus der Mainzer Zeit noch. Ja, ich meine, jetzt ist er da, aber ich konnte jetzt so ein erstes Gefühl von ihm bekommen. Schauen, wie er das auch, oder wie er mit der Öffentlichkeit umgeht, welche Herangehensweise er da hat. Wie er sich in der PK gibt, in den Interviews. Er war jetzt auch bei der U23 zugegen, hat sich da mal ein paar Nachwuchsspieler angeschaut. In Wolk-Varmbach hat er vielleicht nicht das beste Spiel erwischt in den 70 Minuten, die er da war. Aber ja, das Einzuordnen fehlt mir immer noch relativ schwer. Es macht sich ja auch vielleicht ein klein bisschen selber limitiert in der Auswahl der möglichen Trainer. Dadurch, dass die Co-Trainer in Fürth geblieben sind. Und es ja dann schon häufig so ist, dass gerade erfahrenere Trainer oder Trainer allgemein ja mindestens einen Co-Trainer haben. Einen Vertrauten eigentlich, ja. Einen Vertrauten, mit dem sie im Team agieren. Also du kennst ja von Stefan Leite und André Mertowitsch beispielsweise. Also das ist schon gang und gäbe. Von daher musste man erst mal jemanden finden, der da alleine kommen möchte. In dieser Situation hat man mit Jan Siebert jetzt jemanden, der die meisten Erfahrungen im Nachwuchs gesammelt hat. Ja, vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn man in Fürth dann doch versucht, junge Spieler zu implementieren. Ihnen Spielzeit zu geben, die sich entwickeln können. Ansonsten die Thematik mit dem Punkteschnitt im Profibereich, die müssen wir jetzt auch nicht nochmal breit treten. Ich glaube, die sind länglich bekannt. Zwischen 0,3 und 1,0 ist sein Punkteschnitt bislang auf den drei Profistationen. Ja, und auch die zwei Siege aus 31 Spielen oder sowas. Ja, ist jetzt halt so, waren natürlich auch keine leichten Pflaster, damit er vielleicht im Premier League auch mal ein Spiel gewinnen kann. Aber das ist dann so eine Sache, die schwebt dann vielleicht trotzdem ein bisschen über dieser ganzen Personale, auch wenn er da vielleicht, wenn es vielleicht auch ein bisschen unfair ist. Aber ich glaube schon, dass, wenn es der Start dann nicht gelingt, dass das solche Sachen sind, durch die man sich vielleicht wieder ein bisschen angreifbar macht, die mit einem erfahreneren Trainer vielleicht ein bisschen anders gewesen wären, weil man da dann immer noch auf den großen Erfahrungsschatz verweisen kann, dass man sagen kann, okay, das und das schon mitgemacht, diese Situation erlebt und vielleicht auch gemeistert und da mal Turnarounds geschafft. Wie auch immer, das ist bei Jan Siebert einfach aufgrund seines Alters jetzt noch nicht so der Fall. Er ist genauso alt wie Leo Haas, ne? Ja, also ja, da hat man eigentlich, ja, ich hätte einen anderen Ansatz gewählt, aber gut, kommt natürlich immer noch drauf an, wer ist vielleicht verfügbar, wer möchte kommen, wer möchte wie viel mitbringen und wie viel vielleicht gleich auch verändern. Aber das ist natürlich so eine Sache, also ich glaube, das kann schon in der öffentlichen Meinung oder unter den Fans schnell sowas sein, dass wenn es dann nicht funktioniert am Anfang, dass man vielleicht ein klein wenig schneller etwas nervöser wird. Also das sehe ich dann schon. Das ist man ja eigentlich schon. Ist man ja eigentlich schon. Also eigentlich musste Jan Siebert ab der ersten Sekunde, an der der Instagram-Beitrag und Facebook-Post und so weiter, da waren gegen Zweifel ankämpfen, weil da waren sofort diese Grafiken mit 0,3 Punkten da, ein Punkt im Schnitt da, so und so viele Niederlagen in den ersten Profispielen. Das ist unfair und ich will jetzt auch weit von uns weisen, dass wir da jetzt in irgendeiner Form irgendwas heraufbeschwören, aber wie du sagst, das ist schon da und jetzt ist noch ein Spiel, das ist natürlich jetzt schiefgegangen, wir kommen gleich noch auf dieses Spiel, aber wie du sagst, wenn es noch zwei, dreimal schiefgehen sollte, dann ist der Vierter an sich, der sagt, na haben wir doch schon gleich gewusst, das ist nichts. Und das ist natürlich dann schon schwierig, auch für ihn extrem schwierig. Ich habe ihn als sehr freundlichen, sehr aufgeschlossenen Menschen kennengelernt. Ich glaube auch, dass er, hat man in diesem Spiel ja gesehen, schon in die Köpfe der Spieler kommen kann mit seiner Art, mit seiner positiv bestärkenden Art, auch ein bisschen Trainingseindrücke auch von ihm jetzt schon, dass er bedeutend mehr lobt die Spieler, dass er in den Trainingseinheiten einfach auf dem Platz auch präsenter ist, teilweise in den Übungen mit drin ist, dass er auch sehr viel coacht. Er hat auch jüngere Spieler, unter anderem Philipp Müller, auch bestärkt im Training, als auch die Spieler, die vielleicht gar keine leichte Zeit haben, bestärkt. Das sind Dinge, die man zuletzt im Training weniger gesehen hat. Ich meine, das ist ja hinlänglich bekannt, dass Alexander Zorniger jetzt nicht der Spieler-Kuschler war, das hat er ja selber auch gesagt. Also da gab es jetzt weniger so lobende Worte, die gab es dann immer für Julian Green und Brandon Miracota, aber für die jüngeren Spieler eher weniger. Und ich glaube, das kann rein menschlich funktionieren, dieses Feuer zurückbringen, Leidenschaft zurückbringen, Haltung, sagt er ja immer, Haltung und Art und Weise, sind, glaube ich, zwei Lieblingsworte, also wenn wir mal ein Bingo machen. Das fiel jetzt in den letzten eineinhalb Wochen schon sehr, sehr häufig, diese beiden Formulierungen. Aber vielleicht kommt es ja genau auf diese Dinge an, denn das war ja eines der großen Probleme, dass man einfach keine Haltung mehr hatte, wie man das Derby verloren hat, wie man gegen Darmstadt verloren hat und so weiter. Also das waren genügend Probleme, die vor allem mit absoluten Basics, nämlich wie ich in einem Spiel reingehe, wie ich in einem Spiel mit Rückschlägen umgehe und so weiter. Das war jetzt bei diesem Spiel dann schon besser und ich glaube auch, dass er das reinbringen kann. Schau mal, was er fußballerisch bringen kann, wird man sehen. Das ist nach einem Spiel jetzt extrem schwierig noch dazu, weil er ja auch von sich aus nichts dazu sagen möchte erst mal. Also vor dem Spiel in der PK hat er sich bedeckt gehalten mit Blick auf den Gegner, in der ersten Presserunde von ihm nach seiner ersten Einheit, hatte ich ihn auch gefragt, was denn die Jan Sievert-Idee von Fußball ist. Und da hat er gesagt, er will, dass man die auf dem Platz zieht. Da habe ich gesagt, das wäre ja auch cool, zumindest Grundzüge zu hören, um es abgleichen zu können zwischen Theorie und Praxis. Aber er hat gesagt, er möchte, dass man das auf dem Platz erkennt. Ich habe jetzt gegen Karlsruhe jetzt noch keine Sievertsche Spielidee, die prägend für ihn ist erkannt. Aber gut, das wäre vielleicht auch etwas arg viel verlangt. Aber trotzdem, ja, es ist nicht einfach. Er muss direkt vom ersten Tag an mit gewissen Zweifeln kämpfen. Und da können wir ihm einfach nur wünschen, dass er diese Zweifel mit jeder Woche mehr einfach wegwischen kann. Und wenn wir da noch sind beim Mini-Beben, Stefan Fürstner wurde auch zum Sportdirektor. Ich bilde mir sogar ein, dass in der Pressemitteilung Fürstner als Sportdirektor weiter oben stand als Zielwert, als neuer Trainer. Also das war eigentlich die größere Nachricht an diesem Dienstagabend um 22 Uhr, dass Stefan Fürstner Sportdirektor wird. Ich fand sie gar nicht mehr überraschend, weil mich ständig Leute gefragt haben, was ich denn glaube, wer jetzt der neue Sportdirektor wird oder der neue Sportgeschäftsführer. Und man entwickelt ja über Jahre in diesem Job, in dem ich bin, schon so ein gewisses Gefühl. Und wenn man so hört und beobachtet und dann halt auch Äußerungen hört und dass Stefan Fürstner schon sehr früh von Holger Skiwagner betont, gelobt wurde, dass er das so gut mache schon und so weiter, da wurde mir irgendwann klar, dass es wahrscheinlich auf diese Lösung hinausläuft. Und ich glaube, dass es auch, also in drei Wochen, wenn man so überzeugt von jemandem ist, dass man zum Sportdirektor macht, da muss zumindest die Möglichkeit schon im Kopf da gewesen sein. Und insofern, ja, auch da eine, sagen wir mal, mutige Lösung. Ich bin auch sehr gespannt, also Stefan Fürstner ist jetzt ja faktisch Sportdirektor, also eine Position, die es bislang nicht gab in den letzten Jahren. Es gab ja einen Sportgeschäftsführer und einen Finanzgeschäftsführer, also zwei Geschäftsführer oben drüber. und jetzt ist Stefan Fürstner aber ja rein von der hierarchischen Stufe, eine Stufe unter Holger Schwie-Wagner, also ist Holger Schwie-Wagner derzeit der alleinige Chef im Organigramm von oben her gesehen. Und ich glaube jetzt nicht, zumindest ist das mein Gefühl, das muss man noch weiter herausfinden, aber ich glaube nicht, dass man noch einen Sportgeschäftsführer beruft. Also das ist, auch das kann ich nicht begründen mit Fakten, aber es ist mein Gefühl und mein Gefühl habe ich beim Kleber in den letzten Jahren selten getrogen. Ja, ob das richtig ist, ob das gut ist, wird die Zeit weisen wahrscheinlich, Stefan Fürstner, auch extrem schwierig jetzt zu beurteilen, weil er jetzt drei Wochen Interim-Sportdirektor war und dann eineinhalb Wochen Sportdirektor. Also das wird schwierig. Das wird halt dann, ich würde immer sagen, man kann dann ab der ersten Transferperiode im Winter und an weiteren Weichenstellungen womöglich, die immer wieder so implizit angedeutet werden. Also es hieß ja immer wieder auch in der Mitteilung, Stefan Fürstner habe schon Prozesse angestoßen und so weiter. Wenn man dann nachfragt, dann bleibt das immer alles noch sehr vage. Also ich glaube, entweder wollen sie nur nicht, dass es öffentlich wird oder sie sind selber noch in der Findungsphase. Ich glaube, so eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Aber zumindest wird Stefan Fürstner nachgesagt, dass er schon einiges verändern will, verändern muss wahrscheinlich auch. Und ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir auch mal einen der Verantwortlichen hier zum Gespräch oder das wird sich in den nächsten Monaten dann weisen. sowohl als Sportdirektor als auch als Trainer eine mutige Entscheidung und werden wir sehen. Jetzt haben wir gerade schon über die U23 gesprochen, wollen wir das kurz abhandeln, bevor wir auf das Spiel kommen. Rein chronologisch passt es ja fast schon, aber bleiben wir bei der U23, denn die hat am Sonntagnachmittag, wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf, gespielt gegen den TSV Buchbach-Tabellennachbarn der Regionalliga Bayern und tada, auf dem Aufstellungsbogen waren fünf Profispieler, nämlich Moritz Schulze als dritter Torhüter, der ja sehr regelmäßig dort spielt, Renaud Münz, der am Samstag gegen den KSC noch auf der Bank saß, aber nicht eingewechselt wurde, Mati Wagner, Walid Mamdi, der nicht im Kader war und Lerner Pop. Die U23 hat 1-3, ja ist noch ein Tor gefallen, es hat Jan Siebert ein verpasstes Tor geschossen von Marin Hörgota, Bruder eines bekannten Kilder-Spielers mit dem gleichen Nachname, der auch da war mit seiner kleinen Tochter, aber das war dann diese berühmte Ergebniskosmetik, das hat nichts mehr daran geändert, was auch daran lag, dass von diesen fünf Profispielern keiner gezeigt hat, dass er auf kurze Sicht zumindest mal eine Hilfe ist in der zweiten Liga, das kann man schon mal festhalten, wenn wir in dieser unangenehmen Klarheit miteinander sprechen. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Fluch der U23-Mannschaften, also diese Spieler gehören ja nicht wirklich zum Kader dazu, sie trainieren nicht mit die Woche über und dann heißt es, okay, implementiere mal ein, zwei, gut, ja, geht vielleicht, kriege ich noch hin, aber dann, wenn es dann vier, fünf werden, dann wird es schon schwierig, wenn du die halbe Mannschaft dann ersetzt, wo es mit Spielern, die nicht mit trainieren die Woche über, die dann nur schnell zum Spielen runterkommen und ja, so sah es dann wieder aus, also man merkt schon dann teilweise in Wochen, in denen, ich sag mal, die U23 als U23 auftritt, als in ihrem Mannschaftsgefüge, dann sieht es schon meistens besser aus, das ist auch von den Ergebnissen ja dann besser und so ist es dann einfach, ja, wenn die Profispieler runterkommen, dann, also um dieses Problem wettzumachen, das man ja dann durchaus hat, wenn man neue Spiele implementiert, dann müssten sie vielleicht ein noch höheres Niveau haben, sich individuell von ihren Gegnern noch mehr unterscheiden, dass man da vielleicht den einen oder anderen einfach, ja, aussteigen lässt oder bei dem man es dann merkt, dass er körperlich nicht beteiligen kann, wie auch immer, dass man schneller ist im Geiste, dass man eine bessere Idee vom Fußball hat und das war halt, seit an diesem Tag hatten wir das jetzt so nicht gesehen, Buchbach, die waren, also gerade offensiv, ich fand sowohl effektiv als auch effizient, also wenn sie nach vorne gekommen sind, sind sie gut durchgekommen, haben dann auch ihre Dinger gemacht, war öfter mal gefährlich, in der ersten Halbzeit hatte die U23-Spiel-Vereinigung vielleicht noch ein paar mehr Chancen, da war es dann auch ein bisschen so der Fluch für Daniel Kasper, dass wenn dann der Trainer schon mal zuschaut, der Profimannschaft, dass es dann vielleicht nicht so ganz funktionieren will. Ein sehr freier Kopfball aus, fünf Meter oder so. Ja, unter anderem hat er auch noch, er hat er einige Aktionen auch im Sechzehner, auch zu Beginn am Sechzehner Rand vielleicht, also er hatte schon einige Aktionen und am anderen Tag geht vielleicht ein oder zwei dann rein, die er dann auch noch klarer, klarer kriegt, vielleicht seine Füße besser sortiert bekommt, die Abläufe besser passen, aber so ist es manchmal und ja, die U23 hat schon verdient, an dem Tag in Burgfarnbach das Spiel verloren. Und wir müssen auch, also ich will hier wieder auch niemanden, dass das nicht falsch verstanden wird, weil mir das ja auch gerne nachgesagt wird, niemanden irgendwie schlechtreden, der ein Talent ist oder so, ich muss jetzt einfach auch sagen, also die besten Ansätze, der einzige, bei dem ich wirklich auch gesehen habe und das zeigen ja auch die Einsatzminuten in der zweiten Liga zumindest, ist Reno Münz, also der hatte gute Ansätze, mal angetribbelt, Verlagerung gespielt, aber auch so ein bisschen Probleme gehabt beim Verteidigen an sich, aber ich finde, da waren noch Ansätze zu erkennen und das ist ja auch jemand, der eigentlich regelmäßig im Kader ist, der auch schon mehrmals eingewechselt wurde, über den dann ja auch Alexander Zorniger kurz vor seinem Abgang oder ja, freiwilligen Abgang mehr oder weniger noch gesagt hatte, dass er gerade in eine Talsohle durchschreitet, kann man natürlich auch darüber debattieren, warum er vielleicht unmöglich in eine Talsohle geraten ist, denn also ein Innenverteidiger, der Linksverteidiger spielt und Rechtsverteidiger und Innenverteidiger und alles irgendwie ein bisschen ist glaube ich auch nicht einfach für jemanden und ja, das ist gerade eine schwierige Situation, glaube ich, für ihn, aber er hat da jetzt zumindest Ansätze gezeigt, die es rechtfertigen, dass er auch mal wieder näher an die, zumindest auf der Bank näher rankommt an einer Einwechslung womöglich, aber bei den anderen, also bei Matti Wagner finde ich immer noch, er kam ja und hat eine halbe Saison in der U23 das 1. FC Köln gespielt und es hieß, man hofft, dass wenn er kommt, dann würde er hoffentlich etwas mehr Erfahrung haben, um dann schon in der 2. Liga womöglich mit einem halben Herrenjahr Erfahrung spielen zu können, aber ich finde, es sieht immer noch aus wie ein Talent, das gerade aus der U19 kommt, also da sind viele gute Ansätze dabei, technisch ist das auch gut, aber da fehlt noch sehr viel, das ist wahrscheinlich einfach auch die Spielpraxis, die fehlt und ich glaube, bei solchen Spielern wäre es einfach wirklich besser, auch wenn das vielleicht gegen den Willen des Spielers ist, der sagt, ich komme nicht nach Fürth, um in der U23 zu spielen, aber einfach mal ein halbes Jahr konstant zu spielen auf einem Niveau und dadurch auch besser zu werden, weil da irgendwie zwischen jeder dritte Woche U23 zu spielen, da aber nie zu trainieren und dann ab und zu auf der Bank zu sitzen, sich vor der Nordtribüne ein bisschen warm zu laufen und dann wieder in der 85. zurückzulaufen, weil man nun mal eingewechselt wird, dadurch wird ja keiner besser und ja, Walid Mamdi fand ich erschreckend in dem Spiel tatsächlich, also das, da habe ich gar nichts gesehen in dem Spiel und das war ja auch offensichtlich, dass er jetzt nicht mal er mehr im Kader war und seit seiner Verlängerung, die immer noch ja sehr viele Menschen Fragen hinterlässt, also wann war es? Im August? Wurde er glaube ich verlängert davor, also im Sommer auf jeden Fall, habe ich da jetzt nicht viele Ansätze gesehen, die das Gericht fertigt hätten und es ist halt weiterhin da und er hatte eigentlich immer noch von der körperlichen Konstitution, Geschwindigkeit, Technik und so gute Voraussetzungen, aber er schafft es einfach nicht, die auf den Platz zu bringen, dann ist ja die Frage, wie viel Geduld man dann auch haben muss, also mit dem Spieler, der im Sommer 2022 kam, der jetzt zweieinhalb Jahre da ist und halt einfach keine Option ist, entweder für den Kader nicht mal oder dann keine Option ist, um eingewechselt zu werden, ist halt dann auch schwierig und ja, ein lernender Pop in diesem Spiel, ist jetzt ja auch ein Jahr da, kam im Januar 2024, eigentlich als der Ersatz für Dixon Abiyama, wenn man es so nimmt, also Kaderplatzersatz zumindest und Leo Haas ist ja bekannt dafür, jetzt auch nicht unbedingt zimperlich zu sein, nach 55 Minuten hat er ihn ausgewechselt und ich befand, auch das, wenn es hart klingen muss, aber wir sind ja heute, für die unangenehme Klarheit da, keine Minute zu früh, dass er ihn ausgewechselt hat, also das war wirklich, das war für mich die erschreckendste Leistung eigentlich, also für jemanden, der in der Hertha-Jugend, der schon gut war, der auch in der Hertha U23 dann nach seinem Kreuzband, das gute Leistungen gezeigt hat, der als großes Talent da in Berlin galt und du hast, er ist einfach, wie du vorhin sagtest, man muss auffallen und er ist halt einfach, eigentlich müsste er ja von seiner Qualität auffallen und auch davon, dass er jetzt seit einem Jahr bei den Profis trainiert und ich finde, er ist nicht aufgefallen, sondern abgefallen teilweise, da waren so viele falsche Entscheidungen dabei, er hat irgendwie keine gelungene Aktion, die mir in Erinnerung geblieben ist, kann es sein, dass er auf dem Weg zum Bratwurststand vielleicht einer dabei war, aber ansonsten, ja, und gesagt, das sind halt dann fünf Spieler, von denen jetzt keiner gezeigt hat, dass er eine große Hilfe ist, insofern braucht man sich auch nicht wundern, dass wenig in den Startelf gewechselt wird, weil es ja dann doch nur zwölf bis dreizehn, vierzehn Spieler sind, je nach Denkweise, ja, das wirft dann auch ein Schlaglicht auf den Winter, ich glaube, da muss dann schon was passieren und da müssen wir dann auch Stefan Fürstner dran messen, was dann im Winter passiert, das ist natürlich nicht einfach, weil das Wintertransferfenster kein einfaches ist, aber dass da was passieren muss auf mehreren Positionen, das ist, glaube ich, mittlerweile offensichtlich. Ja, auch in alle Richtungen, sowohl Zugangs- als auch Abgangsseite und da muss dann wahrscheinlich trotzdem, vielleicht auch von der Quantität, die Zugangsseite trotzdem höher sein als die Abgangsseite, dass man einfach mehr Spieler braucht, auch für die Breite trotzdem. Also nicht nur, dass man zwei abkippt, zwei neue holt und die Positionen neu zu besetzen, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass da eine positive Differenz übrig bleibt. Ja, vor allem, also man hat jetzt auch wieder, kann man dann überleiten, auch gleich aufs Spiel gegen den KSC gesehen, dass da wahrscheinlich einfach auch ein Stürmer fehlt, also ein Stürmer, der einfach Tore macht. Das war, vielleicht springen wir einfach rüber, also Dennis Sabini hat in dem Spiel gespielt, Nullfurt Keur in der zweiten Halbzeit, Nullfurt Keur ja der beste Torschütze bislang der Mannschaft, aber auch da kein Torschuss zum Beispiel, Dennis Sabini, einen abgefälschten Torschuss, aber ansonsten auch wenig Aktionen. Martin Mustapha nach seiner Einwechslung einen, naja, Kopfball in der 96. und ein Foul, also er wurde gefoult vor dem Tor, wir kommen gleich nochmal im Detail drauf, aber ansonsten auch nicht viel, Nemanja Motika scheint gar keine Rolle mehr zu spielen, also nicht mal eingewechselt in diesem Spiel jetzt gegen den KSC, ja, und dann bleibt noch ein Stürmer übrig, nämlich Dennis Paffenroth, der eingewechselt wurde in der 70. Minute und in der Statistik waren es ja vier Ballkontakte, zwei Pässe von drei angekommen und ansonsten, hm, auch nix. Also, dass da im Sturm was passieren muss, das ist offensichtlich, weil ansonsten wird es einfach schwierig, Spiele zu gewinnen. Also wenn man dann schon mal zwei macht, klar, da kommen wir auf die Defensive auch noch, man schießt jetzt ausnahmsweise mal wieder zwei, aber trotzdem haben wir in den letzten Wochen ja auch sehr oft keine Tore geschossen, ich hatte ja noch einen Artikel auf den NDE geschrieben, dass man vor diesem Spiel gegen den KSC vier von acht Spielen einfach ohne Tor geblieben ist, ohne eigenes Tor und das ja in einer Mannschaft, von der man immer sagte, sie wäre immer für ein Tor gut und das ist ja faktisch nicht mehr, also da muss einfach was passieren und wie du sagst, eigentlich auf mehreren Positionen noch, ich bin sehr gespannt, auf welchen Positionen man reagieren wird, was man natürlich auch an Personal bekommt, aber im Sturm ist glaube ich, ist es offensichtlich, dass da was passieren muss. Ja, dann säppen wir doch jetzt das mal abgefrühstückt und kommen einfach zum Spiel gegen den KSC, denn erstes Spiel von Jan Siebert, wir waren sehr gespannt, was er taktisch machen würde, was er personell machen würde, tadaa, die Dreierkette, sie ist wieder da und Dreierkette ist gekommen, um zu bleiben. Was macht das mit uns, Chris? Ja, es ist natürlich eine einfache Lösung, gibt der Mannschaft vielleicht, ja, auch wenn sie verunsichert ist, aber ein Stück weit Sicherheit, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört, aber da hat man so seine Abläufe, die man doch am meisten gespielt hat, auch wenn man die vielleicht nicht gut spielt, aber man spielt sie zumindest häufig, ist vielleicht darin so die Chance, dass man sagt, okay, da versuche ich da zumindest ein Stück weit Sicherheit zu geben, in einer, keine Ahnung, Konstrukt, das aber auch völlig unsicher ist und instabil, aber wie auch immer, es gab jetzt wieder diese Formation, ich weiß nicht, ob diese Formation in Fürth nachhaltig noch Erfolg haben wird, weil sie irgendwie immer oder jetzt auch schon über Jahre hinweg trotzdem ein bisschen so mit Misserfolg verbunden ist, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren, das ist ja nicht so, dass das eine schlechte Formation per se ist, aber irgendwie so richtig entführt, zumindest mit diesem Kader, mit diesem Grundgrundstrukt, das es hier gibt, scheint sie nicht so super toll über lange Sicht zu funktionieren. In diesem Spiel hat es ja funktioniert, zumindest anfänglich. Ja, anfänglich schon. Es war ja auch ganz okay, also es war jetzt kein Hurra-Auftakt, es war aber ein sicherer Auftakt. Es gab ein, zwei Szenen vielleicht auch schon vor dem Tor, aber jetzt nicht wirklich viel vom KSC kam, gar nichts, glaube ich. Ich habe noch mal einen Kopfball oder so. Meine Notizen noch mal durchgeschickt, es gab einen Schuss von Marvin Vanicek, das war kurz nach dem 1-0, dort, bis wir gleich kommen, wo man sich auch denkt, Marvin Vanicek mit der Qualität, die man schon oft gesehen hat, auch diesen Podcast ja schon mehrmals erwähnt, dieser Spieler, ich bin ein großer Fan von ihm, aber in dem Spiel, das war auch nicht sein Spiel. Also da bekommt er so einen Pass von Burnditsch, glaube ich, und schießt aus 17 Metern drei Meter drüber. Also das war, das war so mit fast die größte Chance des KSC. Ansonsten hat man ja mit der Defensive wenig zugelassen, was aber auch an einem ganz, ganz komischen Auftritt des KSC lag, was Christian Aichner ja auch klar angesprochen hat. Er hat gesagt, das war eine furchtbare erste Halbzeit seiner Mannschaft. Also insofern relativiert das ja auch immer vielleicht manches, dann kann man wieder sagen, ja, vielleicht waren sie auch so schlecht, weil die Spielfahrung so gut war, aber fand ich jetzt auch nicht. Also man stand dann einfach sicher hinten, aber es kam ja auch einfach gar nichts. Also es kam einfach nichts vom KSC. Ich fand es auch überraschend, wie oft sie den Ball ins Ausgeschlagen haben, auch der Torhüter, weil es gab situativ auch aggressiveres Pressing, sah dann so für fünf Sekunden mal wieder aus wie zornige Anfangszeit. Aber es war ja nicht so, dass sie dauerhaft alle Spieler permanent gestresst hätten und dafür kamen schon sehr viele Bälle irgendwie immer ins Aus oder unsauber. Also ich habe sehr oft diesen hämischen Applaus, wenn der gegnerische Torhüter den Ball ins Ausgeschlagen hat, im Ohr, weil der kam sehr oft und ich konnte es immer jetzt richtig nachvollziehen. Also wenn das reicht in der zweiten Liga, diese Form von Pressing, um den Gegner zu verunsichern, dann wird es mehr machen wahrscheinlich. Ja, ich habe, ich bin so, ich hatte die PK angehört von Christian Eichner vor dem Spiel, habe mich dann während des Spiels auch mal in der ersten Halbzeit ein bisschen zu dran zurückgerinnert, weil er gemeint, ja, gerade im Mittelfeld und allgemein, da sind so einige Spieler auf der Kippe und ja, es war nicht sicher, ob sie spielen können. Ich glaube, da war Nicole Rabtenis-Burnic dabei und da habe ich so auf den Aufschlussbogen geschaut und dachte, gut, die spielen, also vielleicht können sie es halt einfach heute an dem Tag körperlich nicht so richtig. War dann vielleicht doch eher ein Kopfproblem und lag nicht so richtig am Körper, aber in der zweiten Halbzeit saß er dann auch eigentlich gar nicht so viel anders aus, ein bisschen vielleicht situativ, aber ich fand es so viel stärker als der KSC in der zweiten Halbzeit jetzt auch nicht gemacht unbedingt. Ja, aber trotzdem ging ja die Spielvereinigung das erste Mal seit gefühlt Ewigkeit mal wieder in Führung. So viel Ewigkeit, das ist doch gar nicht auf Schalke. Auf Schalke stimmt. Das hat schon verdrängt, aber ja. Ja, ich hatte davor, wir waren nämlich gefühlt in Regensburg rausgekommen im August, aber das stimmt, auf Schalke. Sogar 2-0. Ja gut, das war auch ohne, wenn man keinen Gegner hat, dann kann man auch mal in Führung gehen. Ja, dann kann man plötzlich auch zwei Tore schießen als Roberto Massimo. Da kommen wir auch noch drauf auf die Effizienz von Roberto Massimo. Aber lass uns noch kurz dabei bleiben. Also es gab einen Schuss von Philipp Müller, das war aber der Einzige eigentlich, der war jetzt auch nicht sonderlich gefährlich, also da musste Max Weiß im Karlsruher Tor, hat nicht gezittert, als der Ball aufs Tor kam. Und dann aber das 1-0 in der 20. Minute, das war dann schon für den Aufwand, den wir betrieben haben, man war ja klar, die aktivere Mannschaft, ich glaube 57 oder 58 Prozent Ballbesitz ist man nach einer Viertelstunde oder 10 Minuten auf der Anzeigetafel aufgeschieden. Also es war klar zu sehen, dass ich wie vorhin bemüht war, dieses Spiel dann doch zu gewinnen. Aber man hat, wie auch das schon oft angesprochen in diesem Podcast, nicht wirklich so zwingende Chancen gehabt. Man war jetzt nicht so wuchtig, dass man den Gegner da einschnürt. Das war jetzt nicht zu erwarten nach den letzten Wochen und Monaten. Aber es war zumindest insofern schon, würde ich sagen, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil man stabil stand. Man hat wieder ein bisschen mehr Fußball gespielt, hat immer noch alles geklappt. Aber es sah schon wieder besser aus, zumindest mal bis zum Strafraum. Und dann müssen wir auch wieder darüber reden, also die Flanken teilweise, die da kamen, sie waren dann einfach so extrem unsauber, kann man jetzt sagen, legen sie daran, dass die Flanken schlecht sind und dass die Stürmer im Strafraum nicht richtig stehen. Stefan Leidl steht Boxbesetzung. Auch das ist wahrscheinlich ein Mischmasch aus beiden, aber da kam dann einfach nicht wirklich was bei rum. Und dann ist aber trotzdem das 1-0 gefallen. Und ich habe mir die Sehnen nochmal angeschaut, auch so in der ganzen Entstehung. Denn das Tor fällt eigentlich, finde ich, nur, weil Luca Itter den Gegner aussteigen lässt und dann sehr weit antribbelt. Insofern dann auch den Passweg hat zu einem Griesenmann, der dann sehr viel Raum vor sich hat und den Ball in die Mitte bringt auf Dennis Sebeni. Und ich hatte im Stadion mir gedacht, oh, das war ein guter Kontakt von Dennis Sebeni. Hat es auch in meinem Spielbericht so geschrieben, dass er mit einem leichten Kontakt den Ball zu Bremen im Regulter überlenkt. Aber wenn man dann die Wiederholung anschaut, hat er einfach über den Ball gehauen, oder? Also er wollte ihn annehmen und er ist ihm über den Ball über den Spann. Ja, es sah jetzt nicht nach einem gewollten Spielzug aus, glaube ich, bei Dennis Sebeni. Er kriegt trotzdem Assist, also für ihn ist es gut. Das ist keine Scorerliste. Ja, und danach profitiert man vielleicht in der Szene vom schlechten Rasen mittlerweile in Fürth, zumindest in diesem Teil des Platzes. Weil dann David Herold, Herold, kommt nicht wirklich an Bremen im Regulter ran. Er rutscht auch so ein bisschen weg in seiner Aktion, kann die nicht 100% zielgeführt ausführen. Regulter dann macht wenig und damit eigentlich alles richtig, weil er dann alleine vor Max Weiß steht und ja, dann war die Distanz auch genau richtig für den Stürmer, weil Max Weiß nicht mehr weit genug rauskommen kann und nicht weit genug weg ist, um gut reagieren zu können, die Distanz allgemein zu kurz ist. Und dann war es ein einfacher, aber auch schöner Abschluss für Brandenburg-Gurter. 1-0 tut ihm auch mal wieder gut zu treffen. Ja. Tja, erst sein drittes Saisontor. Also auch das, ich hatte ja immer geschwärmt hier in diesem Podcast, dass er eigentlich immer zweistellig trifft. Jetzt ist über ein Drittel vorbei und hat drei. Auch das vielleicht einer der Gründe, warum es nicht so gut läuft, aber an ihm würde ich jetzt nicht unbedingt festmachen, denn er war in dem Spiel für mich, fand ich, der beste Fütter. Sehr bemüht, teilweise auch, was man früher von ihm unbedingt gesehen hat, auch so Sprints über den ganzen Platz nach hinten, um irgendwie zu klären. Also das war einfach ein richtig gutes Spiel von ihm immer wieder und das ist ja auch dann schön, dass er das immer noch kann, regelmäßig. Auch wenn es genug Menschen gibt, mich manchmal auch eingeschlossen, die sagen, da müsste doch mehr gehen, aber in dem Spiel war es auf jeden Fall sehr gut von Brandenburg-Gurter. Ja, und dann ist nicht mehr viel passiert, bis zur 34. Minute, Roberto Massimo dribbelt von rechts in den Strafraum und kommt zu Fall. Und in der Sky-Zusammenfassung im Live-Bild sieht man sogar, dass Jan Sievert sich die Szene am iPad angeschaut hat aufspringt und wie ein Berserker lossprintet zum 4. Offiziellen, weil es für ihn ein klarer Elfmeter war. War es für dich ein klarer Elfmeter? Musst du das lieber dann Elfmeter bekommen, dass es womöglich dann zwei Zünder entsteht? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, also ich weiß, nach welcher Wiederholung oder welcher Perspektive es wahrscheinlich war, die Sievert da so hat erzürnen lassen. Ich muss aber sagen, es gibt ja mehrere Kameraperspektiven. Es gab wahrscheinlich schon einen Kontakt, aber wie schwer der war und wie viel Trefferfläche am Fuß von Roberto Massimo es wirklich gab. Fand ich, kann man, also es kann man nicht so super gut rausarbeiten. Das ist mir ein paar Mal angeschaut. Oder ja, die Wiederholungen kommen ja eh dann mehrfach. Ich fand, es war nicht super eindeutig und war jetzt auch nicht komplett auf dem Fuß gestanden. muss man glaube ich nicht pfeifen, kann man vielleicht pfeifen. Vielleicht muss man aus den Aktionen Köln und Karlsruhe im Schnitt kriegt man vielleicht auch über den Verlauf der Saison aus diesen beiden Aktionen vielleicht einen Elfmeter. Jetzt hat man keinen bekommen. Das ist vielleicht an sich ein bisschen blöd, aber also ich finde, den muss man jetzt nicht pfeifen, also es war jetzt nichts, über das man sich unendlich lange hätte aufregen müssen. Klar, Roberto Massimo ist dann noch liegen geblieben, um ein bisschen so, ja, dem Ganzen auch Nachdruck zu verleihen, dass man sich das vielleicht ein bisschen bitte anschauen sollte. Das ist die VAR-Verletzung. So schlimm war es dann doch nicht. Er konnte ja dann doch recht bald wieder weiterspielen nach einer Zeit. Ja, also es war jetzt kein Hassverbrechen, den Elf wieder nicht zu pfeifen. Haben manche anders gesehen im Stadion, aber ich sage auch, also es ist auch immer die Frage, das ist wieder fußballphilosophisch, ob jeder Kontakt dann einfach auch ein Elfmeter ist. Ich finde, also ja, Roberto Massimo kommt dann oft mit Tempo, dann reicht man mal ein leichter Kontakt, aber wenn er so ganz leicht irgendwie der Kommentator glaube ich gesagt am kleinen Zeh erwischt, das war ein bisschen so das mit einem Trefferbild, wo er ihn halt gerade am Fuß getroffen hat, ob der halt dann immer ursächlich ist für den Sturz, das hat man ja bei Noel Futkoi auch schon, wenn er irgendwie leicht getroffen wird und fällt dann aber hin, als hätte ihm jemand das Bein durchgehauen, sieht dann auch immer nicht gut aus. Ja, wir können sagen, es hat zumindest kein Glück mit Schiedsrichterentscheidung in diesem Jahr, aber ich finde jetzt auch, dass man das so krass benachteiligt wurde, wie das manche sieht und witzig fand ich, dass Jan Sievert dann nach dem Spiel darauf auch angesprochen wurde und er hat irgendwas gesagt mit, ich glaube das Zitat war, wichtig ist, dass sie bei sich bleiben und Dinge vorher klar ausspielen, um gar nicht auf solche Entscheidungen angewiesen zu sein, das war ja auch schon eine klare, also es war auch eine wohltuende Klarheit und auch eine klare Ansage, dass es auch in dem Spiel nicht am Schiedsrichter lag, dass man das Spiel nicht gewonnen hat. Da gab es schon genug eigene Faktoren, die dafür ausschlaggebend waren. Ja, danach ist einmal viel passiert eigentlich. Dann war Pause, Julian Green und Nikolai Rapp, Ex-Vierter, haben heftig geblutet, sah nicht gut aus bei beiden, also Julian Green sah ein bisschen aus wie so ein Krieger, über Blut am ganzen Trikot und am Oberkörper und so. Das war dann die echte, so blöds klingt Highlight bis zur Pause, viel ist dann nicht mehr passiert. In der Halbzeit, Dennis Sabini raus, akut Gelb-Rot gefährdet, würde ich mal sagen. Also er hat schon Gelb bekommen, weil er war nicht circa einmal voll aufs Bein, auf dem Fuß gestiegen ist, fast schon so gestempelt und dann er nochmal verwarnt wurde wegen eines, war es ein Schlag? Ich weiß es nicht. Zumindest sah es ein bisschen komisch aus, aber ja, auch für ihn dann unglücklich, wenn er mal ein Spiel, also ich fand, er war in dem Spiel schon präsent, er hatte ein paar ganz gute Aktionen, auch klar, den Assist hat man es gerade besprochen und dann muss er trotzdem zur Pause raus, weil er halt einfach Gelb-Rot gefährdet ist und ja, da kam Noel Furt-Kolze-Pause, das ist ja Vollständigkeit halber erwähnt, aber die Geschichte der zweiten Halbzeit beginnt anders, nämlich vom Anstoß weg. Auch das, das ist nochmal anzusehen, wirklich die Karlsruhe haben Anstoß und es kommt kein Vötter an den Ball, bis der Ball im Tor liegt. Also es ist wirklich krass, 21 Sekunden lang und wenn man es dann nochmal wirklich ganz anschaut, um es analysieren zu können, ich weiß, dass manche Menschen sagen, wir seien verrückt, uns nochmal alles immer wieder so in Gänze, im Detail anzuschauen, aber da sind wir dann doch halbe Analysten zumindest. Man sieht beim Anschluss weg, dass Nico Gieselmann im Vollsprit nach vorne rennt, um eben anzulaufen, aggressiv, kommt aber nicht in den Zweikampf, Luca Eder schiebt auch sehr weit raus und dann sehen die Karlsruhe, ach, da ist ja niemand mehr auf der vierten linken Defensivseite, also auf unserer offensiven rechten Seite und dann läuft Budo Ziftziwarze nach außen und Philipp Müller macht nix. Zu wenig, ja. Zu wenig, also wenn wir darüber reden, Philipp Müller war, haben wir sogar nicht erwähnt, wir haben es vorausgesetzt, Philipp Müller hat für Sacha Bonsi beginnen dürfen auf der Sechs und dann, also wenn man Sechser ist, wenn man defensiv denkt, defensiv ausgebildet ist, dann muss man in dem Moment einfach sehen, dass da niemand auf der rechten Seite steht, also auf der linken eigenen Seite und dann entweder am Trikot ziehen, in leicht faulen, was auch immer, aber irgendwie diesen Angriff unterbinden, nebenher zu laufen und einfach nix zu machen, war glaube ich die falsche der aller Entscheidungen. aber es sollte nicht die einzige falsche oder schlechte Entscheidung sein, denn die Flanke kam dann und sie war gefühlt 25 Sekunden unterwegs, also natürlich überspitzt gesagt und Simon Aster schaut und schaut und schaut und entscheidet sich dann doch zu springen, springt aber unter dem Ball durch, sodass Marvin Warnicek ihn dann nehmen kann, die Latte trifft und dann Buduzifziwarze, zwei Euro ins imaginärische Phrasenschwein, steht da, wo ein Stürmer stehen muss und drückt ihn über die Linie, hat es ja selber eingeleitet gehabt das Tor. Ja, also, Schuld bei Müller und Schuld bei Aster, fand ich auch nach dem Spiel dann schon viel sagen, dass ich Jan Sievert gefragt hatte, wie er so die Schuldverteilung bei den Gegentoren sieht und er sagt, er würde da niemals öffentlich drüber reden, also in Zukunft wissen wir, der Trainer wird nie in PKs über die Entstehung von Gegentoren, zumindest personell sprechen, weil er das lieber in Ruhe mit der Mannschaft macht, auch das ist vielleicht ein anderer Wind, als man ihn in den vergangenen Monaten hatte unter Alexander Zorniger, aber das hat ja jeder gesehen, also insofern hätte er das einfach ansprechen können, aber nun ja, ja, gefühlt dann, also viele wirkliche Chancen hat er auch noch mal gehabt in der zweiten Halbzeit, also, Massimo oder zwei Schüsse, ja, aber, also er hat die Schüsse, aber da können wir jetzt dann über die Effizienz reden einfach, oder? Also er hat einen Schuss, eigentlich auch gute Schussposition, zweimal gute Schussposition, beim ersten Mal drei Meter drüber oder vier, freier Schuss und dann beim zweiten Mal eigentlich gut durch zwei durchgedribbelt und dann dieser Abschluss, ich weiß nicht, der geht sechs Meter links am Tor vorbei, wie das sein kann bei einem Stürmer, der trotzdem in der Bundesliga gespielt hat, dass er wirklich jeder zweite Abschluss einfach, also nicht mal in die Nähe des Tores kommt, weil es sind wirklich gute Schüsse, es sind keine Unterdrück gewesen, sondern Schüsse, die man eigentlich, finde ich, als Probefußballer auch mal mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch in die Richtung des Tores bringen muss und da muss man bei ihm dann schon, wie ich vorhin schon angemerkt habe, über die Effizienz sprechen, also auch in diesem Spiel jetzt wieder, es sieht immer gut aus, er probiert immer, er dribbelt, ja, aber es kommt dann einfach viel, viel zu wenig dabei rum und vor allem, wenn er halt als Stürmer spielt, ist er einer von zwei Stürmern, die Tore schießen müssen, also Stürmer sind, außer sie heißen Tim Lemperle und sind halt der erste Angreifer vorne, der 40 Sprints macht im Spiel auf dem Torhüter zu, aber ansonsten sind sie halt auch dafür da, Tore zu schießen und das ist halt einfach dann trotzdem nach 13 Spieltagen zu wenig, also man hat es auf Schalke gesehen, dass er das konnte, da waren die Schüsse plötzlich auch einfach gut, aber jetzt mittlerweile wieder kommt einfach zu wenig, ansonsten, hm. Es gab noch einen guten Kasruher-Schuss, der knapp am Tor vorbeiging, glaube ich. Ja, von Beifuß war es, glaube ich. Ja, dann ist aber wenig passiert, also. Es ist sehr, sehr wenig passiert, ja. Aber ja, auch kein schönes Spiel. Dafür, dass es angeblich so gut war, dafür, dass es angeblich so gut war, wie man hier das Spiel gesehen hat, Fandex in der zweiten Halbzeit war gegen einen schwachen KSC, hm, also es wurde ja auch gelobt, dass die Mannschaft nach dem 1-1 so gute Haltung gezeigt hätte, ja, aber der KSC hat einfach auch nichts gemacht, also man muss jetzt auch gar nicht sich eines so großen Drucks erwehren von dem Gegner, der jetzt plötzlich einen großen Bock verspürt dieses Spiel jetzt zu drehen, sondern der KSC hat ja auch Eichner gesagt, ist danach einfach wieder in die alten Muster der ersten Halbzeit zurückgefallen und dann muss man einfach da mehr draus machen, es hat sich auch nie so wirkliche Offensivkraft entwickelt, wie man das ja schon oft gesehen hat in Heimspielen, das hat einfach da vor der Nordtribüne ständig oder vor der Haupttribüne unten links ständig was passiert, dass die Leute aufstehen, dass die Leute klatschen, was auch immer, das war da einfach nicht zu spüren, diese Power, ich habe die nicht so wirklich gesehen, also ja, man hat da Haltung im Sinne, dass man sich nicht aufgibt, dass man weitermacht, aber ich finde immer noch, das sind Basics, ja, schön, dass sie wieder da sind jetzt, auch das war wieder ein kleiner Schritt heraus aus der Krise, aber man muss halt auch sehen, woher man kommt, also halt von Spielen, die man halt 1 zu 5 und 0 zu 4 verloren hat zu Hause, da ist natürlich fast alles schon ein Fortschritt, also das muss man einfach auch offen ansprechen und insofern war das okay, es war völlig okay und ich sage ja auch, wenn man das Spiel 1 zu 1 spielt am Ende oder man gewinnt es noch glücklich am Ende, dann ist alles in Ordnung, aber man darf dieses Spiel gegen diesen KSC, der außer dieses eine Tor dann nach der Pause einfach nichts macht für das Spiel, nicht verlieren, also das darf einfach nicht passieren und wenn man den Satz da vorstellen müsste, wer selbst solche Spiele verliert, Punkt, 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 ich lasse die Antwort jetzt offen, aber also das, es war im Rahmen des Möglichen mindestens mal 3 Punkte zu holen in diesem Spiel, da hätte man schon mal 16 und das wäre schon vieles, vieles besser, weil man dann einfach schon mal in die Nähe dieser 20 langsam kommen würde, die man halt braucht, um die Hälfte der 40 zu haben und jetzt hat man halt weiter 13, weil, kommen wir jetzt da drauf, noch zwei Gegentore gefallen sind, bei denen man wieder den Gegner eingeladen hat, also, willst du das 2-1 einfach erklären? Ich habe es so oft angeschaut und es nervt mich einfach jedes Mal wieder dieses Tor anzuschauen. Eigene Ecke. Ecke, Eckball, okay, ich wusste jetzt nicht, ob das Eckball der Freistoß war, oder? Ich halte das Kopfball, ja, ein Standard auf jeden Fall. Ich halte das Kopfball, ja, Max weiß, dass er sich den Ball nimmt, dann denkt, ach, ich mache das Spiel mal schnell, weil, kann man ja machen. Ich glaube, Zivci Warze, Stürmer, selbst mit dem Ball, ja, gespielt. Ja, haut den Ball nach vorne, Philipp Müller ist dann, ja, natürlich in der Absicherung. Aber was will er machen? Wieder ihn stoppen? Ich weiß nicht, was er macht, auf jeden Fall, gerade er sich halt wieder nicht genug konzentriert. Er kommt ein bisschen an den Ball ran, aber halt eben nicht genug. Dadurch, ja, flutscht er dann durch und dann konnte der eingewechselte Conte, glaube ich, Bambassi Conte, ja, wurde eingewechselt. Ich glaube schon, ja, kurz davor eingewechselt, natürlich ein Joker. Konnte natürlich sein erstes Profitor. Natürlich sein erstes Profitor, Julian Green, eigentlich ist der Laufweg ganz gut für die Vierter, weil er dann doch, ich finde, keinen so guten Winkel hat, wenn man bedenkt, dass das ein Abschluss eigentlich unter Gegnerdruck ist und normalerweise, wenn Julian Green da konsequent durchverteidigt, macht er die lange Ecke eigentlich zu mit seiner körperlichen Präsenz, mit seinen Beinen und dann müsste es für Nahuel neu relativ einfach sein, die Torwartecke dann noch ja, im Griff zu haben, weil man Conte dann auch diese Entscheidung vielleicht abnimmt, wo er hinschießen kann. Dadurch, dass aber irgendwie Julian Green so erst ein bisschen mitrennt und dann aber nicht ganz konsequent dranbleibt, macht er eben halt dieses Fenster auf und dieser eigentlich nicht so optimale Winkel wird zum Winkel, der halt reicht, um den Ball relativ easy in die lange Ecke schieben, schieben zu können. Also er war nicht mal sonderlich scharf, ne? Nee, das war jetzt nicht der krasseste Abschluss überhaupt, aber er kam ja trotzdem, er kam gut neben dem Pfosten, aber da darf er eigentlich gar nicht hin, weil Julian Green diese Seite eigentlich abdecken müsste und ja, ein Mann dran war. So richtig verstanden habe ich es nicht, was da wieder passiert ist, aber das halt auch wie das Kind nicht nur einmal ist, sondern zweimal in den Brunnen gefallen und beim Gegentor davor irgendwie auch dreimal und das ist halt dann einfach, das sind zu viele Aktionen, und so viele individuelle Fehler, dann kann man auch so ein Spiel einfach nicht gewinnen. Danach fällt es dann nochmal in den Brunnen und dann hast du auf einmal drei Gegentore gegen den KSC, der irgendwie zwei gute Schüsse hat. Der selber nicht weiß, wie er die Tore macht. Ja, danach noch diesen guten Latten Schuss von Zwift Zwarze, aber ansonsten war der ja auch nix. Also wie gesagt, vom KSC kam ja auch nichts eigentlich das ganze Spiel über und da kann man nicht zu Hause drei Gegentore kassieren. Also so brauchst du im Wettbewerb nicht mitmachen, weil dann kann man aufhören. Man ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, man macht es, oder wie die Ulmer zum Beispiel, die eine ganz gute Defensive haben, die schießen vielleicht auch mittlerweile keine Tore, wenig Tore, aber die, ja, deren Ansatz ist halt, okay, 0-0 halten und vielleicht 1-0 noch zu machen. aber momentan braucht die Spielvereine ja drei, vier Tore, um irgendwie Punkte einheimsen zu können und in der Aufstiegssaison ging das, weil wenn man da durchgeht, dann denkt man sich, okay, wer macht denn noch ein Tor? Ja gut, Harbert Nielsen macht noch ein Tor, Brandenburg-Gurter macht noch ein Tor, wenn nicht, dann machen sie jetzt CB Ernst oder Julia Green oder im Zweifelsfall noch Paul Seguin mit einem Weitschuss, weil der David-Raum oder Marc Malhofer, die kommen schon nochmal an die Grundlinie durch und legen gut zurück und dann stehen halt vier Leute um den Fünf-Meter-Raum rum, so, das hat man ja nicht mehr, also darauf kann man sie nicht verlassen und wenn man dann den Gegnern solche Tore zu Hause schenkt, also, da kann ich auch nicht trotzdem in der Gesamtheit von einem guten Spiel reden, weil das sind so krasse Böcke, die da drin sind, also, da kann ich es nicht gewinnen, da habe ich es auch nicht verdient und ja, wie du es gesagt hast, das war ein absolut schlagbarer KSC und da muss ich einen Punkt mitnehmen aus so einem Spiel, weil es könnte auch sein können, dass der KSC aus der guten oder mit einer guten Form nach viert fährt und ja, dann steht es am Ende wahrscheinlich nicht zwei, drei an diesem Tag, also, diese Gegentore, auch wenn man sie sich nochmal anschaut und dann immer guckt, okay, welche Chancen hat man denn zu verteidigen, also, es ist jetzt auch nicht so, wie gesagt, dass der KSC dann irgendwie die Leute her spielt oder das ein Fußball ist vom anderen Sterben, wo man sagt, ja, gut, da verliert man ein Zweikampf und das war es, sondern, es sind immer wieder Aktionen oder Möglichkeiten, diese Aktionen zu unterbinden, wenn ich mich ordentlich konzentriere, das gescheit durchverteidige und ich, ich, es wäre jedes Gegentor vermeidbar gewesen. Ja, das waren ja nur Einladungen, also, das hat man ja auch schon im Spiel gesehen und man sich dann irgendwann denkt, also, es reicht jetzt halt wirklich, also, die Fehler, die jedes Mal da passieren, dann immer dieses Tor aus dem Nichts gefühlt vom KSC, mein, das Zweite ging ja dann relativ bald, ich habe das auch gar nicht mitbekommen, auf einmal war dann der Ball im Tor, ich habe gar nicht mehr gecheckt, was passiert, das 1-3 von Schleusener. Lass uns doch ganz kurz beim 1-2 bleiben, also, weil ich immer noch finde, da habe ich ja wieder Alexander Zonneger, der ist immer noch, immer im Kopf ist er sehr oft noch, weil er immer gesagt hat, du musst verteidigen und klar, Julian Green ist jetzt kein Verteidiger, aber Philipp Müller ist ein Defensivdenkender Spieler und Julian Green mit seiner Erfahrung weiß eigentlich auch, wie man einen Zweikampf führt und beide kommen, aber kommen gar nicht in den Zweikampf, es sieht ganz komisch aus, weil plötzlich auch Conte, der jetzt auch nicht in 35,8 kmh davon sprintet, kommen einfach gar nicht hin, plötzlich hat er trotzdem diesen freien Schuss, obwohl da zwei Vitter mit rum sind und da ist er wieder diese, auch schon oft von Zonneger angesprochen früher, diese Gier, das eigene Tor zu verteidigen, die ist vielleicht in dieser Mannschaft nicht drin, aber sie muss doch trotzdem in solchen Situationen, wenn man die Chance hat, dieses Spiel vielleicht zu gewinnen oder zumindest mal wieder einen Punkt zu holen, nach drei Niederlagen zu Hause übrigens auch in Folge, das ist auch nochmal eine schlimme Erkenntnis, dass man bislang in diesen drei, die letzten drei Spiele vor diesem KST-Spiel schon verloren hatte und damit genauso oft wie in der Gruppen in der vergangenen Saison, jetzt hat man wieder verloren, damit jetzt schon öfter verloren, also in der vergangenen kompletten Saison als in 17 Heimspielen und wenn man diese Chance zum Greifen nahe ist und man dann einfach nur so ein bisschen nebenher läuft in Burgvermbach, habe ich in einer Diskussion den Begriff Geleitschutz aufgeschnappt, das trifft es vielleicht auch ganz gut, also sie waren zwar da, aber eigentlich waren sie auch nicht da, die beiden und das ist halt dann einfach zu wenig, wenn man dann da einfach auch Punkte holen will und dann, ja, 1, 3, 5 Minuten später dazwischen noch der Lattenschuss von Ziftziwarze und dann, ja, Nahuel Noll hat den Ball und auch da habe ich mir nochmal das Standbild angeschaut, um mal zu schauen, welche Optionen der noch gehabt hätte, außer den Ball auf Maxi Dietz zu spielen und da wären doch einige, denn nämlich links von ihm kann er einfach auf Luca Ita spielen, er steht genau am Strafraumegg und da ist 10 Meter entfernt der erste Karlsruhe, also er kann einfach den leichten Ball nach links auf Ita spielen, dann kann der wegen mir auch auf Dietz in die Mitte spielen, wie auch immer, aber, also der erste Fehler ist vielleicht schon, dass Maxi Dietz den Ball da fordert, obwohl da einfach zwei Karlsruhe stehen, er hat allgemein sehr oft den Ball gefordert, auch in Situationen, wo er ihn vielleicht gar nicht fordern muss, weil der Druck hinter ihm, also der Gegner den Druck hinter ihm schon macht und nah bei ihm steht, aber gut, wir haben schon Spieler getadelt, die den Ball nie fordern, insofern geht es vielleicht auch nicht zu viel fordern, aber in der Situation und mit dem Rasen, man sieht es auch im Standbild, der Rasen ist einfach da, 16er, also quasi zwischen Nahuel Noll und dem Maxi Dietz ist der Rasen einfach auch sehr schlecht, so vorher schon angesprochen, und dann darf Noll diesen Ball niemals da so spielen und da sind wir wieder bei dem Punkt Risikoabwägung, auch ein Thema, das mehrere Trainer in Viertel schon immer wieder erwähnt haben, es ist halt wichtig, ja, es ist wichtig mit Risiko zu spielen und wir sind ja glaube ich auch weit davon entfernt zu sagen, dieses scheiß klein klein hinten rum, das nervt, Fußball zu spielen, also moderner Fußball ist einfach auch von hinten heraus spielen, ich finde das auch gut, aber man muss halt auch mal das Risiko abwägen, wann es zu gefährlich ist oder einfach die einfachere Variante wählen, indem ich den Ball einfach da ist, auf Itter zu spielen, der völlig frei steht und das Spiel von daraus aufbauen kann, dass er das kann, hat er oft genug schon gezeigt und dann ist diese Entscheidung für diesen Pass auf einem schlechten Rasen und dann noch am Pass mit zu wenig Wucht zu spielen, einfach die völlig falsche und dann, ja, der Sky-Kommentator hat es zu lässig genannt von Nahuel Noll, ich weiß nicht, man kann auch sagen, dass es sorglos war, wir können jetzt wieder über Begriffe streiten, aber das trifft es glaube ich beides ganz gut, zu lässig, zu sorglos, zu wenig Risiko, Abwägung im Kopf, also, er darf diesen Ball faktisch einfach nicht spielen, da muss man halt auch sagen, das ist das zweite Spiel in Folge und das dritte insgesamt, indem Nahuel Noll halt einfach ein klares Gegentor einleitet mit einem Fehler, das ist dann schon, also ja, Urbeck hat auch mal Fehler gemacht, aber wenn man die beiden vergleicht, es geht ja auch um die Lernkurve und Alexander Zaunic hat das sehr deutlich gesagt, auch mit diesem aufreizend Lockerren, vielleicht auch zu cool manchmal und das war halt auch wieder aufreizend locker und zu cool in der Situation. Es ist schön, dass Nahuel Noll das erkennt, er hat sich auch bei Sky nach dem Spiel alles auf seine Kappe genommen, aber es muss halt einmal auch, also das eine sind die Worte, das andere ist aber halt auch in den Taten irgendwie mal erkennen, dass da eine Lernkurve einsetzt und ja, schwierig und natürlich muss Maxi Dietz auch, wenn er mit dem Kopf wach im Spiel ist, sehen, dass der Ball scheiße kommt und dann einfach dagegen, also entgegenkommen, entweder hinspitzeln den Ball oder wenn der Schleusner dann kommt, versuche ihn irgendwie noch im Notfall auch zur eigenen Ecke hinterzuhauen oder was auch immer, aber einfach stehen zu bleiben und Schleusner sagt sich, na gut, wenn keiner den Ball haben will, nehme ich mir, das war auf jeden Fall auch die falsche Entscheidung. Also auch da wieder nicht einer schuld, sondern auch zwei. Insofern haben wir bei beiden Gegentoren mindestens mal jeweils zwei Schuldige gefunden. Ich glaube, da ist die Videoanalyse auch keine schöne bei der Mannschaft, weil das halt einfach so ganz einfache Basics sind. Wenn wir schon über Basics sprechen, die da war, die Haltung, auch das sind Basics im Verteidigen und im Spielaufbau. Und das Problem ist halt, dass es da doch auch wieder Dinge sind, über die wir hier schon und über die auch Alexander Zorniger in den letzten zwei Jahren, bevor er gehen musste, sehr, sehr häufig einfach auch gesprochen haben. Also es ist nichts, was jetzt Neues davon. Es sind alles Dinge, die schon mal da waren und alles Dinge, die immer wieder aufploppen. Und das ist dann schon eine schmerzhafte Erkenntnis, dass da offenbar bei mehreren Spielern entweder die Qualität nicht reicht oder man im Kopf nicht über 90 Minuten konzentriert bleiben kann, um in der zweiten Liga einfach mal ein, auch das Wort von Alexander Zorniger, seriöses Spiel abzuliefern. Denn mit einem seriösen Auftritt hätte man diesen KST zu Hause geschlagen, hätte 16 Punkte und könnte dann womöglich ein bisschen entspannter nach Ulm fahren. Jetzt fährt man sehr angespannt nach Ulm, würde ich mal sagen. Nur der Vollständigkeit halber ist noch ein Tor gefallen. Sascha Bonset nach seiner Einwechslung hat ein Tor gemacht, nach einem Freistoß von Brianne Miragota über die Linie gedrückt. Aber auch das, danach ist irgendwie auch nicht viel passiert. Also auch das, wenn wir über Haltung sprechen, über Art und Weise, da war jetzt auch keine wirkliche Schlussoffensive dabei. Ich habe nochmal gestoppt da bei 94, 17. Fünf Minuten Nachspitzei waren angezeigt. Was machen die Spielvereinigung? Macht einen Rückpass nach hinten, nochmal einen Rückpass und dann hat Maxi Dietz den Ball und spielt nochmal einen Rückpass auf Nahuel Noll. Da waren schon zehn Sekunden von der Nachspielzeit wieder vergangen und dann spielt Noll, natürlich wahrscheinlich auch verunsichert aufgrund dieses Tores, einen langen Schlag, der genau in den Händen von Max Weiß landet. Der sich erstmal Zeit lässt und dann ist ja schon die Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Da hat man Glück, dass man nochmal eine Chance bekommt. Und diese Chance besteht dann aus einem Kopfball, ich würde den Alibi-Kopfball fast schon nennen von Malu Mustafa, der überhaupt nicht versucht, irgendwie Wuchter hin dazu bringt, sondern einfach seinen Kopf ein bisschen hinhält und weiß, ich sage, danke, dann nehme ich ihn mir. Und das war eigentlich die einzige Chance auch in der Nachspielzeit wirklich. Ist ja dann einfach auch zu wenig, um dann noch den Ausgleich zu erzwingen. Also ja, es wäre im Bereich das Mögliche und vielleicht auch verdient gewesen, nach diesem Auftritt einen Punkt oder auch drei mitzunehmen. Aber am Ende hat man dann auch nach den Rückständen zu wenig gemacht. Also ja, es war ein Fortschritt, was auch von allen erwähnt wurde, dass man nicht komplett auseinandergefallen ist, aber ich tue mich wirklich schwer, das als Fortschritt zu klassifizieren. Vielleicht 5-0 verloren. Ja, also das ist halt, 5-1. Dann kann man es ja auch lassen. Also wenn man wirklich stolz darauf ist, dass man nicht jedes Mal 5-1 verliert, ja das macht niemand in dieser Liga. Niemand verliert jede Woche 5-1 oder 4-0. Und wenn das schon ein Fortschritt ist, dass man das mal nicht tut, boah, ist schon schwierig, um auch diese Formulierung mal wieder zu nennen. Ja, es geht ja auch darum, das Ganze nicht nur ab, also auch relativ zu sehen, wenn man halt, wenn deine Baseline halt weit unter anderen Baselines ist, dann ist halt ein kleiner Fortschritt relativ wenig wert, wenn ich mich irgendwo in der Mitte befinde und mache was ein bisschen besser, dann mag das ja schön und gut sein, aber also diese Art von Fortschritt ist, das reicht ja nicht, also drei solche Gegentore zu kassieren, wie gesagt, da muss schon viel passieren, dass man das Spiel dann auch gewinnt. Und von daher, also Fortschritte, die müssen anders ausschauen, da muss das ganze Spiel anders ausschauen. Wie gesagt, der Gegner war eigentlich dankbar in dieser Situation, Christian Eichner hat das auch ganz gut dargelegt, wie er die Leistung seiner Mannschaft gesehen hat und das reicht dann zu Hause halt einfach nicht. Jetzt muss man auswärts schauen, wie es in Ulm geht. Die Ulmer, die haben sich mittlerweile ganz gut eingefunden in der Liga, die wissen, was sie machen, die haben ihre Mannschaft, die haben jetzt ihr System, ihren Minimalismus, den sie spielen, der sie aber trotzdem noch in einer akzeptablen Zone für sie hält. Also sie sind dran. Dann zwei Punkte hinter der Spielvereinigung. Wenn sie gewinnen, ja, wenn sie eins mit Minimalismus fortsetzen und dieses eine Tor einfach nur schießen. Ich glaube, sie haben nur 15 Tore kassiert oder so. Sie waren vor dem Spieltag die zweitbeste Defensive der Liga zusammen mit Fortuna Düsseldorf. Ja, sie haben nur 15 Tore kassiert. Genau. Düsseldorf auch 15 Tore. Ja, Hannover hat 12. Düsseldorf. Ja, Hannover ist die Beste und die anderen sind geteilt der 2. Platz. Ja, Ulm hat ja auch 2 kassiert gegen Hertha. Genau. Wir haben auch 2-2 in Berlin gespielt, also auch respektabel. Also deutlich mehr Erfolgserlebnis als die Spielvereinigung. Okay, ja, weil Ulm am Anfang, wenn man die gesehen hat, man hat mir gedacht, okay, für die wird es ganz hart, aber Ulm, wie auch Münster, das ist jetzt, die haben kein krass hohes Niveau, aber die wissen halt, was sie machen. Sie haben ihre Mannschaft, sie sind jetzt, haben sich langsam akklimatisiert und so ein paar Pünktchen hier und da sammeln sie dann schon und deswegen ist es ja, es ist ja sowohl oben als auch unten extrem knapp, aber das ist ja auch das, was es so gefährlich macht, dass wenn du halt eben diese Phasen jetzt hast, ich meine, ja, man kann sich auch Köln anschauen vor 4 Wochen, da war Gerhard Strüber fast schon weg, da war alles in Schutt und Asche, jetzt haben sie 3 Mal gewonnen, jetzt sind sie auf Platz 5, so 3 Punkte von Platz 1 entfernt. Ja, aber es ist mittlerweile jetzt auch so schnell ist es bei der Spielvereinigung. Genau so schnell geht es natürlich auch nach unten. Jetzt hat natürlich Braunschweig verloren, das war ganz gut. Man hat es nur einen Platz miesig gemacht, man hat aber auch den Anschluss komplett verloren nach oben. Er hat er verloren, ja, jetzt sind es 5 Punkte und 6 Tore nach oben. Das sah zur Halbzeit schon besser aus, wir hatten, witzigerweise auch, wir haben in der Halbzeit die Tabelle offen, haben dann so geschaut, ja, wie schaut es denn da aus? Oh, okay, so passt es ja gerade, aber diese 3 Punkte werden schon wichtig, sonst wird es wieder eng. Ja, nach Spielen, da haben wir wieder geguckt, sah dann nicht mehr so toll aus und es ist halt dann auch eben so, man hat mittlerweile ein schlechteres Torverhältnis als Preußen Münster, schlechteres Torverhältnis als Ulm. klar, Eintracht Braunschweig, die haben natürlich am Anfang sehr, sehr viele Tore kassiert, das ist dann nochmal schlechter, aber ja, also dieses Spiel gegen Ulm ist brutal wichtig. Ich glaube, wenn man das verliert, dann ist das schon nochmal ein extremer Schlag, weil es ja auch irgendwann, also es ist so schon schwierig für den Geist, aber irgendwann ist ja die Moral auch zerstört. Also, man kann dann nicht gegen jeden Gegner verlieren und diese Spiele, wie es halt dann immer so ist, leider wiederholen sich die Themen jetzt mittlerweile auch häufig, die Spiele gegen Gegner, die hinter dir stehen, die sind doppelt und dreifach wichtig, weil danach ja auch zwei Heimspiele kommen, die haben es dann in sich, die Hertha, die dann vielleicht wieder ein Heimspiel draus macht und Hannover, die jetzt auch nicht so schlecht sind in dieser Saison und von daher kann das, das kann natürlich dann auch die Stimmung voll ins Killen, also ja, man hat auch in dieser, in dieser Länderspielpause so semi-öffentlich auch vielleicht einen Neuanfang für die Fans, proklamiert, gut, den kann man von außen versuchen raufzubeschwören, sowas muss aber eigentlich von der anderen Seite kommen und wenn jetzt aus diesen drei Spielen also nur ein Punkt oder so kommt, dann weiß ich auch nicht, wie sehr das die Leute dann zufrieden stellt, weil es dann wirklich irgendwann schon eine extrem lange, extrem sehr schwierige Zeit war und man verabschiedet sich ja auch aus diesem Jahr mit einem Auswärtsspiel. Das ist dann auch wieder Schwieriges. Und bei einem Verein mit einem neuen Trainer. Gut, sehr froh bin ich, dass das nicht das nächste Spiel in Hamburg ist, weil dann wüsste ich, was passiert. Es sind noch ein paar Spiele bis dahin. Bei Merle Polzin, glaube ich, das letzte Spiel unentschieden gespielt hat oder sein eines Interimspiel, aber wer weiß, wer bis dahin dann wieder auf der Bank sitzt. Vielleicht Alexander Z. Schauen wir mal. Wenn sie sich viel trauen, dann könnten sie ja auch Tobi Schweinsteiger holen, aber weiß ich nicht, ob man denen da so gut den Medien da verkaufen könnte. Ich glaube, er könnte ganz gut passen. Aber das müssen glücklicherweise nicht wir entscheiden. Ja, das ist... Was wir noch entscheiden könnten, wenn du magst, ist eine Aufstellung für das Spiel in Münster, weil man wird die Mannschaft wieder umbauen müssen. Denn... Denn der Sabin hat seine fünfte gelbe Karte gesehen. Und... Und... Doppelter Umbau. Gideon Jung steht wieder zur Verfügung. Du musst das spielen. Das ist... Das ist jetzt... Gut, das ist zumindest eine Option, die man hat, die ich da nochmal mit reinwerfen würde, aber ich... Boah... Wiss ich... Keine Ahnung. Was macht man jetzt von der Grundformation? Na gut, die wird bleiben, nehm ich mal an. Wer ist überhaupt aus Trainersicht jetzt vielleicht auch eine Option, wenn man sieht, okay, Moutica hat gar nicht gespielt. Wer wurde eingewechselt? Wer hat es wie gemacht? Ist natürlich... Ist halt... Ja... Bisschen dünn. Vielleicht bleibt es dann wieder so, außer dass er wie Sacha Ponset vielleicht von Anfang an spielt. Je nachdem, wie es ihm körperlich geht. Er hat ja doch auch... Ja, man merkt ihm, dass er überspielt war. Dann auch die Reisestrapazen dazu. Auch keine leichte Situation. Jetzt hat er trotzdem eine lange Woche. Vielleicht hilft ihm das. Ja... Keine Ahnung. Anscheinend muss man auf diese... Auf dieses... Ja... 3-4-3, je nachdem, wie man es dann will, muss man vielleicht hoffen. Warten auf den Winter, dass man da ein bisschen umbaut. Aber es kann schon auch durchaus so sein, dass einfach Sabini rausgeht und... Ja gut. Footkoy. Klar, Footkoy. Footkoy kommt dann. So wie es der Wechsel war. Ja... Ja, und dann mit Boncet mal schauen. Ja, für wen würde denn Gideon Jung reinkommen? Für Maxi Dietz? Oder für Damian Michalski? Weil Luca Itter kannst du nicht rausnehmen. Also war er eigentlich der Stabilste der Innenverteidiger. War es ja souveränes Spiel. Ja, auch mit seinem linken Fuß. Gut, man könnte Maxi Dietz wieder rüberschieben. Aber muss man ja jetzt nicht unbedingt machen. Und ja, Luca Itter war auch stabil. Das stimmt. Und deswegen... Tja. Damian Michalski lässt man vielleicht auch drinnen. Allerdings müsste er dann... Oh, warte mal. Gideon Jung spielt ja eigentlich auch zentral. Aber er kann schon auch rechts spielen Gideon Jung. Aber er hat schon noch ein bisschen... Er hat schon noch... Sieht vielleicht manchmal komisch aus, aber er kann schon auf Tempo kommen. Das ist jetzt nicht... Seine Endgeschwindigkeit ist jetzt nicht so schlimm. Und auf mehr Tempo als der andere rechter Innenverteidiger gerade. Ja. Auch das Thema müssen wir vielleicht nochmal aufmachen. Warum ständig jetzt da, wenn Michalski als rechter Innenverteidiger spielt. Was er ja eigentlich die ganze Zeit nie gemacht hat. Und als er es einmal gemacht hat in Karlsruhe vergangenen Saison dann auch fürchterlich schief ging. Und auch Maxi Dietz fand ich im Spielaufbau, da es auch in der zentralen Position nicht so glänzen kann wie von der Seite oftmals, wenn er dann wieder auch die diagonalen Pässe spielen kann. Mit einem besseren Winkel. Also. Auch so viele Fragen. Die PKs müssten jedes Mal dann 35 Minuten dauern, aber ich komme mir immer noch blöd vor, wenn ich als Einziger dann 15 Fragen stellen würde. Insofern, ja, wird die Zeit vielleicht auch das weisen. Aber, also ich sehe gerade am ehesten, dass Maxi Dietz dann rausgeht aus dieser Dreierkette. Da wird es mit den U23 Minuten langsam schwierig auf dem Platz. Ach, die sind eh. Ja gut. Ach so, ja. Insgesamt geht es vielleicht noch, aber ich glaube, da muss man sich jetzt keinen Kopf mehr darum machen. Also das ist ja, sollte absolut zweitrangig sein. Der Zug ist abgefahren. Ja, ist ja auch Quatsch. Also da noch jetzt zu gehen, wenn, da geht es nur noch um sportliche Überleben. Wird interessant sein. Die Ulmer spielen taktisch auch in diesem, ja, 3-4-1-2, 3-4-3. Je nachdem. Ich weiß nicht, ob sie so viele schnelle Spiele haben. Also ob man da wieder die Tiefe sichern muss. Die muss, die wird eh immer gesichert werden, aber dann wieder mehr oder auch nicht. Ja, Ulm natürlich trotzdem, trotzdem schlagbar. Könnte ein langweiliges, ekelhaftes Spiel sein, das dann, ja, 1-0-Seite hier oder da entschieden wird. Oder ist der Klassiker dann ein Unentschieden, das keinen so richtig weiterbringt. Ich wäre schon mal froh, also Unentschieden wäre ich schon froh, weil es zumindest dazu führte, dass Ulm nicht vorbeizieht. Weil wenn man dann auf Platz 17 stehend in das Heimspiel gegen Hertha und dann vielleicht auch noch gegen Hannover gehen muss, ist glaube ich noch mal schwieriger. Also das Wichtigste, wie du vorhin gesagt hast, ist gegen Mannschaften, die dahinter sind, schon mal nicht zu verlieren. Also ein Sieg wäre extrem wichtig und eigentlich muss er auch sein. Also für mich ist es ein Muss-Sieg in diesem Spiel, aber es wäre schon mal gut, dieses Spiel wenigstens mal nicht zu verlieren in der momentanen Situation. Weil es wäre dann schon mal der Punkt 14 schon mal wenigstens. Und ich finde auch, es geht jetzt gerade wirklich darum, jeden einzelnen Punkt zu holen, der irgendwie nur möglich ist. Deswegen wäre auch zumindest dieser eine Punkt gegen den KSC schon wichtig gewesen. Weil, ja, wir wissen, drei-Punkte-Regeln und Unentschieden bringen dazu viel, aber in der momentanen Situation zählt wirklich jeder einzelne Punkt, weil am Ende kann der halt einfach entscheiden. Noch dazu mit dem schlechteren Torverhältnis. Da wäre es natürlich gut gewesen, auf Schalke nicht 4 zu 3 zu gewinnen, sondern 5 zu 1, was auch im Rahmen des Möglichen gewesen wäre damals. Seht das Torverhältnis schon mal sehr viel besser aus oder halt nicht 1-5 und 0-4 zu Hause zu verlieren. Und die berühmten ollen Kamellen, die brauchen wir jetzt auch noch mal ausbreiten. Aber Fakt ist, man müsste auch mal am Torverhältnis mal wieder was machen. Aber kleine Schritte aus der Krise heraus und dann erst mal gewinnen und dann vielleicht irgendwann mal wieder höher gewinnen. Aber ich glaube, bis zu einem höheren Gewinnen, da braucht noch ein paar Schritte. Auf den viel zitierten Berg von Jan Sievert, den er ja gerne erwähnt. Das Leben ist kein Strand, sondern ein Berg. Und das Klettern muss klettern. Ja, das Klettern muss klettern aus dem Tabellenkeller raus. Und wir werden in der nächsten Woche dann darüber sprechen. hoffentlich vielleicht über einen weiteren Schritt hinauf. Nicht Richtung Gipfel, aber zumindest von der Talsohle ein bisschen weiter nach oben. Es sind ja auch einige Leute dabei. Also wäre ja ganz schön, wenn man da ein positives Erlebnis hätte. Positiv Erlebnis. Da gab es doch mal einen Blog, der könnte doch auch, wenn ihr diesen Podcast hören, aber wieder Blog-Beiträge schreiben. Aber gut, das ist nur ein Hinweis. Vielleicht hört das ja. Dann sage ich Grüße an der Stelle. Ich sage erst mal, danke dir, Chris, fürs Dabeisein. Ich habe für immer zu danken. Und danke all euch da draußen fürs Erfordern eines Podcasts. Da musste ich leider hart bleiben, aber danke, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Und ab jetzt bekommt ihr uns bis zur Winterpause wieder volles Karacho mit gnadenloser Ehrlichkeit. Und dann hoffen wir mal, dass es bald besser steht in den Spielvereinigungen. Macht's gut. Bis bald. Ade. Ciao, ciao. Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de